Hallo zu meinem Kurzpreview des G-Pad G10. Direkt aus China importiert und zur Information baugleich mit dem HeyPad M701 und in der neuen Version, ich glaube die gehört dazu, mit dem Moonsie HeyPad 7002. Unboxing habe ich mal eben weggelassen, ist langweilig. Das Teil kommt mit Kopfhörern, einem USB-Kabel, einem Mini-CD mit der Anleitung drauf und einem Netzteil, mit dem das Gerät aufgeladen wird. Und das starte ich jetzt gleich mal. Was ist los? So, okay. G-Pad. Da sieht man es und ich zeige euch während des Bootens einfach mal die Anschlüsse, die darauf hindeuten, dass das Ganze auf Android basiert. Offenes System, nicht nur eine Hardware, sondern Software. Ihr habt hier zwei Mini-USB-Anschlüsse, eine Micro-SD-Karte, könnt ihr hier reinschieben. Kopfhöreranschlüsse, natürlich. Hier sehen wir uns Android. Kopfhöreranschlüsse, die Kamera, die Frontkamera. Und an der Seite, ganz wichtig zur Navigation in Android, der Kippschalter. So. Das Ding hat kleine Macken. Und das habe ich ehrlich gesagt auch nicht anders erwartet. Und ich wäre schon fast enttäuscht gewesen, wenn es keine kleinen Macken hätte, aber die sind wirklich gut zu verschmerzen. Was ihr nicht erwarten dürft, ist, dass das Teil ein iPad-Killer ist. Das ist es definitiv nicht und das will es aber gar nicht sein. Das Teil hat einen resistiven Touchscreen, also keinen kapazitiven und funktioniert trotzdem relativ gut. Ihr könnt das einfach gleich sehen, indem ich ein bisschen zeige, was für Apps hier drauf sind und wie gut der Workflow ist von dem Gerät. So, hier ist meine Oberfläche, so wie ich sie mir eingerichtet habe, wie ich sie täglich benutze auf meinem Samsung. Und damit sind wir schon beim Thema. Ihr könnt nämlich alle Apps, hier sind die, die ich runtergeladen habe, besorgen, die es auf dem Markt gibt, denn ihr habt tatsächlich den vollen Zugang zum Android App Markt. Alles da, was man braucht. Ihr könnt da lange suchen. Und wenn das ist relativ witzig, wenn ich jetzt meine Teilen etwas im Bereich Video suche, dann passiert folgendes. Die Apps werden angezeigt, aber ich kann nicht scrollen. Also muss ich das Teil umdrehen. Dann switcht der um. Es ist ein G-Sensor eingebaut und der funktioniert relativ gut. Und dann kann ich scrollen und alles aus dem Bereich Videos unterladen. So. So, was könnt ihr mit dem Teil machen? Kurz ist es gut. Wetter abrufen. Immer vorausgesetzt, ihr habt einen WiFi-Anschluss, ein gut funktionierendes WLAN. Es ist alles kein Problem, das zu konfigurieren. Geht wunderbar. Ein 3D, äh 3D sag ich schon. Ein 3G-Modul hat es nicht. Also ihr seid schon auf einen WiFi angewiesen. Aktuell, Wetter, Braunschweig. Funktioniert. Ihr könnt MP3s anhören. Zum Beispiel mit meinem wirklich bevorzugten Mord-Player, der im Gegensatz zu vielen anderen eben auch verzeichnet lesen können. So, okay. Der Sound ist relativ gut. Ich gehe mal wieder raus. Ihr könnt E-Mails abrufen. Ihr könnt natürlich surfen. Ganz wichtig. Großer Vorteil dieses relativ großen, im Vergleich dazu natürlich, relativ großen Bildschirms. Ähm, das geht wirklich gut. Angenommen, ich suche jetzt eine wirklich interessante Seite. Zum Beispiel bei senknave.de. Okay. Versucht. So, ein bisschen randrücken. Entschuldigung, nicht drauf. www.weisenknave.de. Zuwächerweise meine Homepage. Und ihr könnt drauf surfen. Und zwar relativ flott. Ich muss Galerien angucken. Das Ganze vergrößern. Verkleinern. Und so weiter, und so weiter, zum Surfen. Super. Ihr habt einen Taschenrechner, wenn ihr wollt. Ihr könnt sehr schön Bücher lesen, wenn ihr wollt. Zum Beispiel der Schimmelreiter. Also praktisch eine super E-Book-Funktion. Seitenblättern. Ihr könnt hier an der Seite hell und dunkel machen. Eine ganz gute Geschichte. Ihr könnt eure Social Networks hier anschmeißen. Facebook, Twitter, Xing, was immer ihr wollt. Was nicht so richtig gut funktioniert, sind Spiele, die, sag mal, 3D-Hardware voraussetzen. Das kann zwar Spiele, wie Klassische Spiele, wie Jules zum Beispiel. Das funktioniert relativ gut. Noch so eine kleine Macke. Manchmal muss man einfach den Screen drehen. Ähm. Man mag es den Chinesen verzeihen. Naja, ihr kennt das. Ich brauche das jetzt nicht spielen. Was übrigens auch sehr gut geht, ist YouTube, Filme angucken, Videofilme angucken. Das funktioniert alles ohne Hacker und Aussetzer. Das ist sehr schön gemacht. Kann ich nicht anders sagen. So. Kleine Macke. So. Und was ihr natürlich habt, Android-typisch. Hintergrund wechseln. Z.B. Live-Hintergrund-Bilder. Die schöne Galaxie. Ach. So. Da ist sie. Die schöne Galaxie. Die sich dann flott im Hintergrund dreht. Das war's fürs Erste. Ich muss sagen, ich bin doch angetan von diesem kleinen Gerät. Was für ein Hausgebrauch wirklich reicht. Und was ich wohl behalten werde. Danke euch erstmal. Bis später. Und tschüss.